hallo jetzt ein bisschen zum beginnt hallo youtube ich bin der chris wien fiel und bewusst zu einer weiteren folge let's play listen die wir drei bieten ja wir sind nach wie vor mit jill im krankenhaus und haben in der letzten folge es geschafft gehabt hier die man zu finden da ist sie die lightning hock wir haben ein bisschen motion das werde ich natürlich für das finale aufheben mit sicherheit und ich würde sagen wir schauen uns auch ein bisschen um ich bin mir sicher dass es hier noch hier und da noch ein paar items gibt und ich hoffe dass uns die hand war natürlich keine allzu großen probleme machen werden ich werde zu sehen dass ich einigen kannten aus dem weg gehen werde falls wir welche sehen sollten sich direkt da rein laufe um zu kopieren ich weiß dass hier irgendwo noch ein hunter aktiv gewesen ist das weiß ich würde sagen wir machen einfach weiter so sieht man schon sein erstes opfer ok warten mal bis es hier auftauchen oder so ist weißen die schnell so natürlich nicht tot wie man sehen kann ist alle beide madame sind sie jetzt das sieht jetzt gut aus ok also gut die pistolen ja gut die ganze vorhanden können wir auch vergessen mir ist aufgefallen dass ich die karte nicht einmal aktiviert hatte hier im spiel hätte ich mal gleich machen sollen beziehungs und so weiter und so fort aber mein gott das wäre so ein bisschen wer ist jetzt hier wach ok ich hätte auch eigentlich einfach abhauen können verflucht und ist ja das war jetzt wirklich verschwindung ich würde sagen die musik ist nach wie vor phänomenal ich finde die musik einfach mega geil ehrlich jetzt ist unser ziel aus dem krankenhaus rauszukommen beziehungsweise in das labor zu gelangen gehe ich jetzt von aus wie ich gehe sicher davon aus dass jetzt die nächsten areale oder das nächste areal das labor wird ich hätte mir nach vor gewünscht gehabt das ist das das alte klärwerk gewesen war es ein klärwerk die weite fabrik klärwerk whatever ist leider nicht so sind wir hier schon gewesen ich weiß es gar nicht mehr wir gehen einfach nur durch oder so ist schon geöffnet ok gut wir haben keine chance mehr daran zu schauen stund hier waren die hunter aber ich ändere mich kommen wieder schon noch steht aber ich erinnere mich dass jetzt hier in den nächsten raum auf jeden fall noch ein schließfach gewesen ist glaube ich mit jill ich habe schiss mit jill die krieg hier öffnen können bitte personen und das wäre nicht verkehrt sondern das wäre echt warum nehme ich auch ist mir sogar lieber ok können wir quasi abkürzen wir sind hier ok gut ich würde sagen das war es eigentlich also gibt es nicht mehr viel zu entdecken wir können das labor eigentlich was kann man nicht das labor das kann aus ich muss verlassen und dann können wir uns noch umschauen ja komm das machen wir erst einmal noch mit schießpuffer sind wir folgen die 1 hat haben wir noch ok gut ich würde sagen wir machen jetzt hier ein cut und wir gehen uns zu unserer nächsten anlaufstelle was da jetzt eigentlich das labor wäre erst zwei ist das ja wir kommen wir noch so raus das heißt wir müssen tatsächlich erst mal hier in speichern und platz zu schaffen zack und zack oh sie man die tisch brauchen wir gar nicht mehr also kann es auch weg ich überlege gerade ob ich jetzt hier die brandgranaten mitnehmen denn ich kann mir nicht mehr vorstellen dass die die hunter gamma jetzt noch mal auftauchen werden ich kann es mir nicht ja wobei laboren in so und so die organischen behältern oder so könnten sie wenn du noch mal rauskommt da kommt es ist kaputt ich bald die frankraten lieber noch mal da es ist kaputt man weiß nie dann gehen wir einfach mal raus verabschieden uns von der erste falsche kups ich wollte nicht hören hier ging es raus genau wobei wir können auch eigentlich abkürzen oder wenn wir jetzt einfach hier untergehen jetzt kein verschaden bekommen ich weiß ich habe schon x million mal erwähnt gehabt aber die musik ist typisch resident evil ehrlich also so old-school resident evil es ist so unheimlich so ein leer stehendes krankenhaus man überall die utensilien sieht ich will nur hier noch schon genau hatten wir schon alles klar bleibt ja da ehrliche verflucht das ist viel schnell ich habe keine chance die wir sollten jetzt da rauskommen oder eingehen alter noch einer ok schwenker aber ich will jetzt hier auch weg das werde ich das ist jetzt mal lieber doch über die schrott schwenker schwenker Ist hier irgendwo... Hier ist was... Zack, okay. Ein bisschen Munition, ne? Das ist ja okay. Ist jetzt hier auch keine Mysterio-Figur, oder? Wow, okay, cool. Das Krankenhaus hat einen Eingang direkt zum Lieferbereich des Labors, okay. Oh, das muss der Weg auf der Grund. Ja, cool. Das sieht echt cool aus. Ich höre ein bisschen... Ach, da kommt der Verspricht, komm mal da irgendwie rum? Nee, keine Chance. Ich will aber jetzt keine Munition verschwenden, man. Bisschen wir auch nicht. Sehr gut, hat doch ausgereicht von der Reichweite. Super. Okay, hier soll ich jetzt runtergehen. Es geht ganz schön tief runter. Sehr weit runter. Gut, dann machen wir das. Ich bin gespannt, was uns jetzt erwartet. Oh, wow. Okay. Wie ist es, dass niemand in dem Krankenhaus ever notiert hat, dass all das genau das genau ist? Genau das, Jill. Genau, das frage ich mich auch. Ähm... Ich bin jetzt gerade so ein bisschen überwältigt von der Größe her und, äh, die Stelle hier erinnert mich auch so ein bisschen an die von Resident Evil 6 als Chris und, ähm, Piers, ähm, den großen Tanker waren auf diesem Militärschiff, Hangar, wo die Jets ausgestellt waren und zwar und so fort, wo die ganzen, äh, Joabos, ne, kamen. Schade, Musik ist aus. Ah gut, die hat uns auch lang genug begleitet. Scheint auch nur, ein Weg zu geben. Moment, hab ich schon in der Figur gehört? Nein. Okay. Oh, super. Ich hab nichts rotes da, ne? Sieht schlecht aus. Okay, gut. Was haben wir hier? Fahrstuhlnotiz. An alle Mitarbeiter. Wir haben ein Problem mit dem Schaltkasten festgestellt, bei dem die gleichzeitige Verwendung von Schwermaschinen ihn überlädt und die Sicherung durchbrennen lässt. Wenn Sie auf dieses Problem stoßen und den Aufzug nicht zum Laufen bringen können, bleiben Sie bitte ruhig. Sammeln Sie die Sicherung von den im Lager aufgestellten Hilfsgeneratoren und starten Sie damit den Hauptgenerator so schnell wie möglich neu. Okay, scheint wieder schon allererste Rätselanweisung zu sein, ne? Wo sind wir hier? Das sieht nicht schön aus. Ich wollte nicht runter. Telefoniert er oder denkt er gerade nach? Ey, passiert doch jetzt irgendwas, oder? Ist das cool? Okay. Ich muss admiten, ich respektiere Ihre Tenacität. Aber ich bin afraid, dass unsere Games endet hier. Oh, du denkst, das ist vorbei? Ihhh! Was zum Teufel? Das ist ein Sock, aus dem Mist. Kann ich das jetzt bedienen? Ja, kann ich. Das sind doch die Dings hier. Die von Resident Evil DLC Dings, die Fischer. Ach Gott, jetzt findet mir eine Name nicht ein. Sorry. Aber vielleicht wahrscheinlich jetzt keine Munition. Ich weiß nicht, dass ich jetzt hier die drei Schalter jetzt aussuchen muss, ne? Das waren jetzt drei, die da angezeigt wurden. Eieiei. Oh, das sieht ja hässlich aus. Bäh! Die erste Sicherung, okay. Okay, tatsächlich, drei. Gibt es hier irgendwas? Verfluchte Hunde! Oh! Wo ist die Leiter? Oh, verfluchter Mist. Erschocken. Ey, es war ein Biss von einem beschissenen Köter. Ich glaub das nicht. Was seid ihr? Wie ist die Leiter? Wie ist die von hier? Perfekt. Das war nicht die feine englische Art, aber es ist mir jetzt gerade alles aus von Scheiße gehabt. Guck mal, wie ruhig sie da drin und krepieren. Das Vieh macht mir hier Sorgen. Nee, komm, keine Emotionen verschwinden. Die Wunde sind jetzt tot, okay, alles klar. Ich muss wahrscheinlich, oder ich sollte, wahrscheinlich darüber, ne? Okay, funktioniert jetzt nicht mehr. Es ist so, wie er so täglich aufgebaut hier, ah. Schöne Scheiße. Kommt und was? Okay. Ah. Okay, zwei Schuss, das bringt mir nichts mehr. Das ist hier, kommen wir hier hoch. Nee, ist kein Schaltpult, ne? Nein, die ist kein Schaltpult. Okay, ich bin... Oh, ein Tendant. Nein, warte. Ah, okay. Ja, wir haben noch rechtlich Platz. Scheiße, ich hätte die grünen Kräuter mitnehmen sollen. Ah, es ist die andere Seite, das heißt, wir kommen jetzt mit der Leiter dann hier runter und können dann Schnurr-Schnaps dorthin. Damit geht's nach oben. Munitionshalter, das ist ein Update. Tatsächlich, okay. Ah, okay, jetzt sind wir, okay, alles klar. Ich würde aber gerne erstmal hier die Treppe hoch. Hier ist eine Tür und das ist dann... Ah, okay, also wir müssen so oder so dann aktivieren, das Dingens hier. Das Dingens. Hier einen kleinen Lift. Lastenaufzug, würde ich jetzt mal sagen. Okay, dann würde ich sagen, wir machen auch hier die Tür auf und gucken wir nach... Wo ist das? Scheiße, haben wir die Karte da? Ah, fuck. Iiii. Das war's. Mehr Emotionen habe ich nicht, aber ich würde... Komm, soll er jetzt? Bitte, der lebt noch. Ich glaube das nicht, die Hunter... ...und da regeneriert sich? Alter, was ist das für ein Vieh, ey? Mitarbeiter Notiz. 12. September in N2 aufgenommen. 55 männliche, 32 schweibliche. Entsorgt. 60 männliche, 89 weibliche. In N2... Ah, N2, alles klar, ja. N2. Aufgenommen, 55, 19 männliche und 51 weibliche. Entsorgt, 76 weibliche. Zurückgebracht, 8 weibliche. Nicht infiziert. Zu N2, 25, 22, 15 männliche und 16, 21, 29 weibliche. Entsorgt, 16 männliche Exemplare. 9 weibliche Entsorgungen nehmen täglich zu. Präventiv, alle über 30 Jahre entsorgt. Nächtlicher Transfer durch Schwester beobachtet. Aufnahme im Untergrund Einrichtung, zeitweise ausgesetzt. Okay. Sehr schön. Hier geht's mit der Leiter runter. Und da scheint die nächste Dings zu sein. Wie heißen die Dinger? Die Sicherung, genau die nächste Sicherung. Okay, in Abkürzung. Perfektes Timing, würde ich sagen. So, jetzt haben wir ein bisschen Zombien. Das war eine weitere Folge. Let's Play Resident Evil 3 Remake. Wir sind quasi im Nest 2, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich hoffe, dass ihr in der nächsten Folge auch dabei seid. Bis dann. Ciao, ciao.